Aussöhnung an Madame Maria Schimanowska Die Leidenschaft bringt Leiden, Wer beschwichtigt beklommenes Herz dich, Das zu viel verloren? Wo sind die Stunden überschnell verflüchtigt? Vergebens war das Schönste dir erkoren, Trüb ist der Geist, verworren das Beginnen, Die heere Welt, wie schwindet sie den Sinnen? Da schwebt hervor Musik mit Engels schwingen, Verpflicht zu Millionen Tön um Töne des Menschenwesen Durch und durch zu dringen, Zu überfüllen ihn mit ewiger Schöne. Das Auge netzt sich, fühlt im höheren Sehnen Den Götterwert der Töne wie der Tränen. Und so das Herz erleichtert, Merkt Behende, daß es noch lebt und schlägt Und möchte schlagen, Zum reinsten Dank der überreichen Spende, Sich selbst erwidernd willig darzutragen. Da fühlte sich, Oh, daß es ewig bliebe, Das Doppelglück der Töne wie der Liebe. Aussöhnung An Madame Maria Szymanowska Die Szymanowska war eine bedeutende polnische Pianistin, der Goethe 74-jährig begegnete und für die er sich begeisterte. Die Leidenschaft bringt Leiden. Das ist vor allem mit Bezug auf die zwei anderen Gedichte zu verstehen, Die in einer Trilogie der Leidenschaften Dem vorliegenden vorausgehen. Wer beschwichtigt beklommenes Herz dich, Das zu viel verloren, Wo sind die Stunden überschnell verflüchtigt? Kurz, Goethe ist nicht gerne alt. Vergebens war das Schönste, die erkoren, Trüb ist der Geist verworren das Beginnen, Die hehre Welt, wie schwindet sie den Sinnen? Die Verbitterung über das Altern wird hier so unversöhnlich dargestellt, Als wenn nicht einmal das Bewusstsein dafür, Daß man doch ein Leben erfüllt von höchstem Kunstschaffen führte, Darüber hinweg tröstet. Da schwebt hervor Musik mit Engelsschwingen, Verpflicht zu Millionentönen um Töne, Des Menschenwesen durch und durch zu dringen, Zu überfüllen ihn mit ewiger Schöne. Das ewige Schöne, Es unterscheidet sich vom Schönsten, Daß ihm erkoren war. Goethe war es nicht gegeben, Selbst Musik zu machen, Vielleicht ist das, was er machte, Dichtung und Forschung, Das Schönste, Aber des Menschenwesen durch und durch zu dringen, Vermag nur das ewige Schöne, Die Musik. Das Auge netzt sich, Fühlt im höheren Sehnen Den Götterwert der Töne wie der Tränen. Das niedere Sehnen ist eines, Das quält, wenn es nicht erfüllt wird. Das höhere Sehnen ist eines, Das sich auf keinen Gegenstand richtet Und keine Erfüllung braucht. Musik lässt einen eine solche Sehnsucht empfinden. Und so wie diese Sehnsucht selbst einen beglückt, Sind die Tränen, zu denen sie einen rührt, Keine des Leids, Sondern solche, Die das beklommene Herz befreien. Und so das Herz erleichtert, Merkt Behände, Daß es noch lebt und schlägt Und möchte schlagen. Der Lebenswille kehrt, Angeregt durch die Musik zurück, Zum reinsten Dank der überreichen Spende, Sich selbst erwidernd willig darzutragen. Das Herz antwortet auf die Musik Nicht nur mit seinem belebten Schlagen, Sondern will sich für die Musik dankend Sich an diese Musik verschenken. Das kann man fast als eine sehr verklausulierte Liebeserklärung An die Urheberin der Musik, An Frau Schimanoffska, verstehen. Da fühlte sich, Oh, daß es ewig bliebe, Das Doppelglück der Töne wie der Liebe. Tatsächlich, von Liebe ist die Rede. Man mag davon munkeln, Daß Goethe mehr als die Berührung Durch die Musik zu der Pianistin hinzog, Aber das ist nicht nötig. Maria Schimanoffska spielte in Weimar Ganz allein für ihn, Und das ist intim genug, Daß Goethe ihr seine Liebe erklärt, Ohne daß es im eigentlichen Sinne Eine Liebeserklärung sein soll. Es ist ganz aus Dankbarkeit Gegebene Liebe, Die kein Nehmen Über die Musik hinaus beansprucht. Dankbarkeit für die Aussöhnung Mit seinem Leben als alter Mann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.